Liebe Endverbraucher, die jetzt denken, ach super, der Daniel zeigt uns mal, wie man richtig zu Hause Ansätze aufträgt. Nee, nee, ganz wichtig, das könnt ihr nicht zu Hause. Ihr braucht die Routine, kann ich euch nur gleich dazu sagen. Wir lernen das ganz häufig, wir machen das am Tag 20.000 Mal. Das ist was ganz anderes, als wenn man sich zu Hause die Packung aufmacht und auf den Kopf knallt. Denn ein Friseur arbeitet mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Oxidationsmitteln. Das heißt also, das ist gar nicht zu Hause machbar. Hallo liebe Auszubildenden. Na, geht's euch gut? Ich hoffe, dass die letzten zwei Videos euch eine Menge gebracht haben. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Schritt, nämlich, wie trage ich richtig Farbe auf? So, was brauchen wir alles dafür? Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen hier. Eine Schürze, eine große Bürste, ein Kamm, zwei verschiedene Pinsel und natürlich Farbe. Und ganz wichtig wäre natürlich das Modell. Da finde ich es immer ganz wichtig, natürlich die Kunden vernünftig einzupacken. Ich mache es so im Salon, so wie ihr das hier in dem Video seht. Viele machen es nochmal ein bisschen anders. Passt euch da natürlich ein bisschen an, so wie ihr das im Salon macht. Ich finde immer wichtig, die Klamotte muss geschützt werden mit einem Handtuch. Es muss ein Lackumhang umgezogen werden, damit es auch hier nicht dazu kommt, dass die Farbe vielleicht durchläuft, weil manchmal kleckert man etwas. Die Konturen könnten gegebenenfalls etwas geschützt werden. Und ganz wichtig hier für mich, wir Friseure müssen auch gut aussehen. Denn dazu gehört eine Schürze, die wir anziehen und dazu gehören immer Handschuhe. Sauberes Arbeiten, sauberes Auftragen. Wie ihr auch hier sehen könnt, natürlich wird erst die Kunde vorgebürstet. Umso besser könnt ihr später eure Abteilung machen. Und dann ganz wichtig, ihr habt es schon vielleicht gehört, ein Kreuzscheitel, um den Kopf in vier Sektionen zu unterteilen, damit wir perfekt arbeiten können. Warum benutzt ihr denn jetzt hier zwei Pinsel? Kann ich euch ganz genau sagen, sauberes Arbeiten. Ein Pinsel ist nämlich da zum Durchrühren und ein Pinsel ist da, um sauber aufzutragen. So, habt ihr euch das jetzt erarbeitet, euer Kreuz einmal einkoloriert, fangen wir an, in den hinteren Sektionen zu starten. Warum hinten? Aus dem ganz einfachen Grund, weil das Haar dort viel stärker verhornt ist, viel, viel fester ist und dementsprechend fangen wir dort auch an. Nicht im vorderen Bereich, da ist das Haar viel feiner. Könnt ihr euch vorstellen, hinten braucht ihr eure Zeit. Bis ihr vorne da ankommt, kann es passieren, dass zu starke Farbunterschiede sind. Deshalb immer hinten anfangen. Hier, wie auch in dem Video, ganz wichtig, hauchdünn, sodass ihr eine Zeitung durchlesen könnt. Und Tipp von mir, immer nur von der oberen Seite, denn sonst habt ihr das Problem, immer wenn ihr das so klatschi, klatschi einmal draufgebt, dass einfach zu viel auf die Länge und Spitzen kommt. Denn, wir haben gesagt, nur 1,5 cm einmal hochschlagen, 1,5 cm eintragen. Passé wieder aufnehmen, nächstes Passé drüberlegen und dann wieder 1,5 cm auftragen. Und das erarbeitet ihr euch auch im kompletten Hinterkopf. Seid ihr damit fertig, ganz, ganz wichtig, legt es euch wieder sauber zurück in dieser einzelnen Sektion. Umso besser könnt ihr später, wenn wir die Länge und Spitzen machen oder auch Strähnen eventuell später irgendwann setzen, könnt ihr euch das viel leichter und schöner abteilen. Deshalb schön fahren und sauber auch wieder zurücklegen, denn wir wollen professionell arbeiten. Wenn ihr vorne startet, gebe ich euch nochmal den Tipp mit, so mache ich das ganz gerne. Ich mache zuerst die vordere Kontur fertig und teile mir dann wieder meine Passés einmal ab und erarbeite mir die kompletten Frontpartien links und rechts. Seid ihr dann komplett fertig, ist es ganz wichtig, rennt nicht weg von der Kundin, weil was gehört dazu. Tilde macht das hier so schön nach in dem Video, weil das kann immer mal passieren, glaube ich. Ja, eine unsaubere Kontur, gar kein Problem für uns. Wir erarbeiten das mit einer nassen Bewirte oder mit einem nassen Handtuch und arbeiten da komplett nach und nicht vergessen die Ohren und vor allen Dingen auch nicht vergessen, ob ihr irgendwelche Farbreste auf dem Umhang gelassen habt. Der ist natürlich auch wichtig, dass das auch sauber gemacht wird. Und dann nehmen wir natürlich die ganze Farbschale und die zwei Pinsel mit und wir sind mit den Ansätzen erstmal fertig. So, kommen wir mal zu den Längen und Spitzen. Hier auch ganz wichtig, ihr habt jetzt wieder vier Sektionen, woran ihr perfekt arbeiten könnt. Auch hier wieder bitte hauchdünn abteilen. Die Farbe wird aufgelegt, ganz wichtig, achtet bitte da drauf. Wenn ihr mit Tönungen arbeitet, könnt ihr gerne mit dem Kamm nacharbeiten, so wie ich das hier in den Längen und Spitzen gemacht habe. Sofern ihr aber mit etwas Alkalischem arbeitet, also eine Haarfarbe da oben drauf gibt, ganz wichtig, wird am besten nicht durchgekämmt. Aufgrund der Alkalität quillt das Haar und man zieht sozusagen mit dem Kamm noch an den Haaren. Dementsprechend wird dort ein Zug ausgelöst, was die Haare nicht so gerne mögen, zumindest nicht fünf, sechs, sieben Mal hintereinander. Denn das machen nämlich Kunden immer zu Hause. Die schmieren sich das auf den Längen und spitzen drauf. Und dann irgendwann, flupp, ist das Haar nämlich weg. Wir sind Profis. Sobald dann die Einwirkzeit abgelaufen ist, ganz wichtig, wenn wir ausspülen, ist natürlich, dass wir hier mit Handschuhen arbeiten. Denn alle Nassarbeiten in Deutschland sind verboten, ohne Handschuhe zu erarbeiten. Und es sieht auch nicht schön aus, weil die Finger können auch danach, erinnert euch dann, so aussehen. Deshalb, schön, die Farbe wird immer giert, auch bei den Konturen. Heißt also, nicht gerade großartig mit Wasserzusatz, wird einfach die Kontur aufmassiert mit der Farbe. So löst sie sich am besten und wird dann natürlich gründlich ausgespült. Es wird immer nachschamponiert. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn es die Farbe war, alkalisch, das Haar ist gequollen. Es ist ganz wichtig, dass man danach mit einem Conditioner arbeitet, um da, wie gesagt, wieder das Geschmeidige und den Glanz herzukriegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017